Ich denke, jemand sollte mal vortreten. Ich, äh... Ich arbeite hier schon eine geraume Zeit. Schon lange vor dem Krieg. Wir richten Schiffe wieder her. Die Besten der Galaxis. Dann kam das Imperium. Und Ingenieure? Zu Schrottsammlern. Die Arbeiter... wurden übervorteilt. Prof. Wir alle kennen die Wahrheit. Wir sind nur... Ängstliches zu sagen. Für das Imperium... sind wir doch alle entbehrlich. Er... seid ihr. Ah! Nein! Sieh an. Ein Lichtschwert. Ich hab den wenig. Ach du Heiliger. Oh, seid ihr jetzt Verbündete? Wie kommst du hierher? Indem ich mich teleportiert habe? Blinder Passagier. Hey, du musst das nicht... Das hört bestimmt... Ach komm. Ja... Da habt ihr absolut recht. Da habt ihr absolut recht. Und jetzt geht der Kampf erst so richtig los. Herzlich Willkommen zu Stevis. Babys. Star Wars. Jedi. Fallen. Hola! Und by the way... Falls ihr uns mein Content mögt... Und ihr mögt mich... Würde ich mich freuen... über ein Abo, einen Kommentar... oder ein Like. Egal... Ob es ein Destac ist. Egal ob es ein Like ist. Ich bedanke mich. Genug Werbung gemacht. Es geht weiter. M. Okay. Nein. Wie kann ich denn nun? Ich wusste, dass es so enden würde. Ah. Ist es das? Dann halt so. Ja, nice. Und by the way... Falls du mal Lust hast... Live dabei zu sein. In einem Stream. Bin ich Montags, Mittwochs, Freitags und Sommstags... immer um 18, 19 Uhr live. Sei doch mal dabei. Und sei... Willkommen. Genau. Aber jetzt... Let's go! Wo geht's dir hin? Ah, okay. Verstehe. Ja, wir bleiben in Bewegung. Okay, hier kommt keiner. Ich dachte, hier ist jemand. Ähm... Ich hab mich stattdessen ausgeruht. So bereite ich mich vor. So bereitest du dich auf den Tod vor. Ausruhen kannst du dich, wenn du tot bist. Doch Augen nach oben. Schluss mit Ausweichen. Okay. Aber wie genau... Kann ich jetzt eigentlich... Oh, da ist ja noch einer. Dein Fluchtversuch ist sehnlos! Ah! Okay, mein Block... Meinst du? Ah, das richtige Blocken also... Okay, nice. Noch jemand? Okay, das bringt mir gar nichts. Macht kräft. Ich hab getroffen! Ich hab getroffen! Also mach mal eine Nebenanzeiger da unten. Okay. Setze den, ja. Ja, wirklich. Setze die Macht gegen Objekte mit... Blauem Umriss. Ach, wie können wir das Ding anhalten und hier hochklettern, oder wie? Ja! Hey, hey! Identifiziere dich! Okay! Ich muss erst mal... Ich muss erst mal reinkommen. Bitte verzeiht mir, wenn ich grad weniger rede. Ja, schon wenn ich mal treffe, da hinten. Wenn der Flüchtlinge hier entlangkommt, bin ich bereit. Jemand anderer soll hier raufkommen. Okay. Bring mir... Bring mir... Ich... Ja, okay. Ich muss aber nur richtig timen. Noch jemand? Muss ich das kaputt machen? Oder wo geht's jetzt... Wo muss ich jetzt hin? Hier hin? Jog das dann? Nein. Zurück doch nicht, oder? Na, warum soll ich zurückgehen? Das ist eine gute Frage. Noch verstehe ich nicht ganz, wo ich hin soll. Das ist der Abgrund, da komme ich nicht hin. Hm. Okay, ich hab keine Ahnung. Da ist kein Eindringling! Holt ihn euch einfach! Schnell, erledigt ihn! Treffer! Da ist kein Eindringling! Da ist kein Eindringling! Holt ihn euch einfach! Schnell, erledigt ihn! Treffer! Wir werden dich bewegen! Okay, wenn wir richtig parieren, dann können wir den richtig schnell ausschalten. Ich brauche keine Hilfe, um dich zu erledigen! Nein! Wolltest du aber... Ah, mit Y ist also ausweichen. Okay, nice! Jo, wie groß ist denn dieser Waggon? Ah, guck mal. Gibt's ja nicht noch Sachen, die wir aufsammeln können? Ah ja, okay, ich dachte, ich muss irgendwas kaputt schlagen. Den Zug aufhalten wäre ja was wir. Hast du das grad gesagt? Oh Gott! Oh Gott! Ja, wir rennen schon! Okay, brauchen wir zum Deck. Du fällst ja immer ein Leben auf. Gar nicht, oder wie? Jo, beruhigen sie sich! Wir rennen. Und wir haben es geschafft. Ha ha. Auf. Heftig. Okay, wir müssen also wieder... Ja, das dachte ich mir auch schon. Wie weit runter sollen wir eigentlich? Halt dich fest, bitte. Ach, du heilige Banane. Wo sollen wir denn jetzt hin? Ja, das hast du gut erkannt. Okay, ich weiß. Ach, wirklich? Kannst du nur rauf? Ich hoffe, ich bin... Oh mein Gott. Ähm. Oh mein Gott. Der ganz gut Zug ist der restliche Waggonenteil. Ähm. Nicht mehr vorhanden anscheinend. Cool, danke. Wir müssen hier weiter rauf. Juckt mein Auge. Hallo, Freunde. Wir wollen helfen. Wer sagt hier? Werter. Immer weiter. Wir holen dich sobald es geht. Okay, okay. Das hört sich doch ganz gut an. Na dann. Müssen wir weiter nach vorne. Und auch ja. Wie kann ich mein Leben auffüllen? Mal ganz so nebenbei. Ich bin da ja zu gut wie fast tot. Ich hab keine Ahnung. Und hoch hier. Das war knapp. Äh, wir müssen da rechts, ne? Ja, genau. Wir müssen jetzt hier weiter hoch. Ich, äh, gehe davon aus. Und komm. Ich bin auch gleich tot. Ich bin tot. Never mind. Wie kann ich mein Leben wieder auffüllen? Mal ganz so nebenbei. Ja, bitte respawn. Äh, leer. Wie kann ich mein Leben wieder auffüllen? Mal ganz so nebenbei. Hm. Hm. Stopp. Wir hoppen jetzt hier weitermachen. Gehe ich mal noch mal ganz kurz in die Einstellungen. Gehe noch mal schnell. Nicht Video. Audio. Das lassen wir so. Machen wir mal das auch. Und Dialog machen wir auf 80. Na dann. Okay, das ist die richtige. Danke. Du hast deine Freundin getötet. Gefällt mir. Du hast deine Freundin getötet. Du hast deine Freundin getötet. Ja. Du kommst dir nicht leben weg. Na, du auch nicht. Magst du schießen? Ich habe da nie im Gesch... Jetzt aber. Ich denke mal, ich nehme mal an, wir müssen hier vorne weiter rein. Das ist eine sehr gute Frage, du. Eine sehr, sehr gute Frage. Der Zug hält? Aber warum? Und wieso? Was ist... Ach so. Ach, du heilige Banane. Nein. Und eine Rollerrutschpartie. Ähm. Müssen wir springen? Nein, müssen wir nicht. Okay, wir können wieder auf den durch. Eigentlich nur gerade bleiben. Und jetzt springen. Ich bin dabei. Au. Das tut doch weh. Hallo, mein Freund. Das sieht gar nicht gut aus. Wohin des Weges? Ich kenne diese Haltung. Vielleicht hattest du doch etwas Ausbildung. Wer war dein Meister, Padawan? Hab ich ihn vielleicht umgebracht? Welcher Jedi gab für dich sein Leben, sodass du am Leben bleibst? Gar keiner. Oh Gott. Halte. Wir sind Schwester zu blocken. Ist der zweiten Schwester zu blocken. Okay. Ja, das ist eine Aussichtsrolle. Genau. Aber wir können die Sagen ja nur anhalten. Komm. Noch eine Partie, meinste? Ich nehme mal nicht an, dass wir... ...die jetzt schon... ...darfen zu töten. Und ich glaube, ich muss noch auf den Controller wechseln. Gott, drücken, 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 drücken. Wir müssen den Cheap nach den Kräften... Oh. Oh. Schnell an Bord! Wir müssen noch auf den Kuss. Wir müssen in der Kuss. Captain! Okay, schalt das Ding aus und setz dich hin. Danke für die Hilfe. Wer seid ihr überhaupt? Ich heiße Seer Jundel. Und das ist mein Captain, Bree Stratus. Ist mir ein Vergnügen. Ja, die Mantis ist mein Schiff, aber zuhören solltest du dieser Lady hier. Also? Wer bist du? Kel. Kerstes. Wer war das gerade? Eine imperiale Inquisitore. Sie ist eine Machtnutzerin, die Jedi jagt. Und da sie jetzt weiß, wer du bist, wird sie weitermachen, bis sie dich vernichtet hat. Woher wissen sie so viel? Und warum die Hilfe? Wir tracken die imperiale Kommunikation. Wir wussten, dass die Inquisitoren nach Braka wollten. Also kamen wir auch. Ach ja? Wie viel Kopfgeld gibt's denn zur Zeit für einen Jedi? Das nennst du Dankbarkeit? Ich versteh schon. Du hast so lange allein ums Überleben gekämpft, dass du niemandem mehr trauen kannst. Und nur deshalb lebst du noch. Aber hier geht's um was viel Größeres als blankes Überleben. Nämlich? Den Wiederaufbau des Ordens der Jedi. Zu zweit? Sonst noch jemand? Sind wir nicht gut genug für dich? Der Rat der Jedi? Ist verloren. Dann bleiben wir noch nicht. Perfekt. Nehmen Sie den Kurs auf, Frau Dada. Nein, 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 nein. Und bis das da, kannst du dich ausschauen. Du bist in Sicherheit. Denken nicht mehr. Ach du Heiliger, das fing ja sehr gut an. Du musst den Weg in die Hand nehmen. Ja. Das tue ich. Ich bin dabei. Was? Du hast im Schlaf gesprochen. Spinner. Ein Erfolg, ich habe einen Erfolg bekommen. Die Montes habe ich überlebt und auf... Wow. Also wenn das Raumschiff später bei mir genauso und Starfleet aussieht, dann... Hallo Julia. Also, nicht so der Umriss, der war hässlich, aber so hier sieht schon ganz sick aus. Oh, erstmal einen Kaffee. Ist das hier eine Kaffeemaschine? Erstmal einen Kaffee. Guck mal, wo ein Ding auch schon da? Was sind das für Früchte? Was sind das für Früchte? Hi. Das war ein sehr starker... War das die Tuber, wo wir reingekommen sind? Ich möchte mich ganz gerne... Darf ich erstmal auf die Toilette? Ist das eine Toilette? Ich habe keine Ahnung. Das hier sieht aus wie eine Werkebank. Jo, was ist das für ein Geräusch? Und wo geht es da hin? Ich möchte mich ganz gerne weiter erkunden, aber ich denke mal, dass wir vorlaufen müssen. Interagieren. Ist das eine Gitarre? Hä, wie awesome. Da ist eine Erinnerung. Oder was auch immer. Na ja, zum... Mal nach der Aufregung erstmal Gitarre spielen. Fühle ich. Auch wenn ich keine spielen kann, was ich gerne würde wollen. Ich bin... Ich bin...